Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nightmare House 2, liebe Leute. Ja, in der letzten Folge da sind wir ja nicht weitergekommen, weil der dritte SWAT-Mann irgendwie nicht gekommen ist. Ja, nun habe ich es herausgefunden, wie wir alle drei hier rüber bekommen. Man musste im Lagerhaus bei den SWAT-Männern bleiben. Man durfte nicht wegrennen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann begleitet man mich mal wieder. Ja, begleitet mich einfach. Und schon geht es weiter. Die Tür ist offen, alles sauber. Und hoffe, dass jetzt nichts mehr kommt. Na, kommt mal mit Männern. Komm, pump die Tür auf. Ja, so ist brav. Lol. Hätte ich sie ja auch mal... Hätte ich sie ja auch mal... Hätte ich sie ja auch... ...aufmachen können, ey. Mann. Ein Schalter. Ein Schalter. Sicher? Wo ist die eine Million? Okay, that should do it. Now let's get back to the others. The last time I spent alone with you, the better. What the hell is he doing? You don't have to do this. What is that? What is that? What is that sound? What is that? Du meinst wohl... What the fuck is that? Calm down. There is nothing here. We gotta do something. Oops. We haven't been walking around here for years. Why aren't you taking us out yet? Where are you taking us? Don't you realize that somebody else is making you do this? Get ready. We might have to react if this turns violent. You aren't seeing the things that I'm seeing. There's got to be a reason for that. You're causing it, aren't you? Please, just stop. This isn't looking good. Get ready to shoot. My eyes are open now. I can see what you really are. I'm going to send you back to hell where you belong, you son of a bitch. Help! Oh shit. Shoot! Ow! Huh? Was? Was war das denn jetzt? Ähm, lol. Kann man mal jemand gerade sagen, was das war gerade? Scheiße. Ich komme in den Knast. Ich habe einen Zwartmann umgebracht. Äh, hä. Nein. Ich will aber noch nicht in den Knast. Ist ja uncool. Na toll. Worüber jetzt? Ah, ja. Genau. Hier. Okay. Da hinten leuchtet etwas. Was das wohl ist? Zombies! Was ist das? Zombies! Äh, oh, oh! Äh, geh weg! Mann, fall doch um! Ey, fall doch um, Mann! Ohne Scheiß. Ja, 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 die alte Laia, komm, kenn dich schon. Meine Güte. Bisschen Licht hier machen mal. Mh, mal versuchen, einen Zombie anzufackeln. Hä, 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 cool. Brenn, du Mieser! Ja, keine Kraftausdrücke. Ja, war, nice. Ach, du Heilige. Ja, ja, danke. Guter Job. Wo bleibt die Bezahlung? Meine Kohle, hä? Scheiße, uns geht so langsam die Munition aus. Das ist nicht so toll. Ey. What the fuck? Okay, und tschüss. Da kommt etwas Großes, ganz groß. Komm aus dem Weg, Mann. Ja, wohin jetzt? Hier, frisst das. Bisschen Grillen hier. Grillparty. Ey. Ey. Komm, ich bin weg. Und tschüss. Mann, oh Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ey, du Dreckszombie. Lass mir's. Finger weg. Geh weg. Geh, komm. I need Muni. Headshot in your face, bitch. Scheiße. Komm, mach hin, ey. Lass mich vor. Ey, lass mich vor, du. Du bist doch blöd. Komm schon. Komm schon. Ja, da, hopp. Dann hopp. Die Typen hasse ich. Scheiß Zombie. Komm, geh, verpiss dich. Geh weg. Keine Zeit zum Reden. Junge, setz mich doch nicht so unter Druck, man. Scheiß Bulle. Mond scheint. Romantisch, wahr? Oh, 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 scheiße. Das ist nicht gut. Der Volk betrunken, naja, betrunken sollte man ja nicht fliegen. Immer diese scheiß Alkis. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jo, Leute, ab hier werden wir erstmal speichern. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.